Ein Mann war noch Jungfrau, als er diese wunderschöne Frau mit großen Brüsten traf. Er wusste, dass sie diejenige war, mit der er sein erstes Mal haben wollte und ging rüber, um mit ihr zu reden. Sie sprachen und redeten etwa 20 Minuten lang und die Dame konnte sehen, wie seine Hose enger wurde. Sie fragte, während sie auf ihre Brüste deutete, Erregen die dich? Der Mann mit einem breiten Lächeln im Gesicht antwortete, Ja, das tun sie. Also beschlossen sie, zu ihrer Wohnung zu gehen. Dort angekommen, begannen sie sich auszuziehen. Die Dame war jetzt völlig nackt und er bewunderte ihren Körper, bevor er sie küsste. Plötzlich merkte er, dass er keine Kondome hatte und musste erst welche kaufen, bevor sie fortfahren konnten. Die Frau war zwar leicht irritiert, aber dachte sich, dass sie eine Weile warten kann. Der Mann kehrte zu ihr zurück und küsste sie weiter, bewegte seine Hand zwischen ihren Beinen. Dann plötzlich hielt er inne und bewegte sich überhaupt nicht mehr. Er behielt einfach seine Hand zwischen ihren Beinen und rührte sich einfach nicht. Die Frau war verwirrt und fragte, Äh, was machst du? Stimmt etwas nicht? Der Mann schaute sie an und sagte, Keine Sorge, alles in Ordnung. Ich habe das in einem Erwachsenenfilm gesehen. Man nennt das Puffern.